So, ich habe hier eine Special Edition von Storm of Warbnauer und dies werde ich jetzt erstmal aufmachen. So, ganz schön hartnäckig. Den wollen wir umgehen. Ich glaube, ich starte das Licht und das Fensternis bekomme. Und, ach scheiße, Hand der Sechser mit rein. Ah ja. Hier könnt ihr die noch mal sehen. Ich lasse es mal zur Seite. So, und dann haben wir... Wow, die sind ganz schön weg. Ich glaube, ich bin gar nicht in Erinnerung. So, kommen wir mit Puska 1 an. Gut, dann gucken wir mal. Schrotthei, Spielmarken ansturmen. Oh, eine göttliche Reliquie. Kosmischer Kompass. Doppelkrieger ist es, ja Doppelkrieger. Fatsschlüssel. Karakomi-Gage-Speicher. Sanduhr. Und Spielmarken-Eiscreme. Gut. Druck jetzt mal zur Seite. Resonator-Maschine. Neulische Reliquie. Keine Ahnung welcher. Karakori-Wachhund. Nadelball. Oh, das ist toll. So ein symphonischer Krieger. Neulisches Ungeheider. Schneller Läufer. Karakori-Ninja. Und Götterdämmerung. So, jetzt das letzte Booster. So. Uh, sehr schön. Schwarz Blügel. Gut, das waren alle. Ah, die ist mir gar nicht aufgefallen. Also noch mal neulische, die hier. Da waren nur drei Rearkarten dabei. Naja.